So, weiter geht's mit uns zwei voll Spackens. So, wir gehen hier weiter. Hier gibt's Essen und ne Workbench. Das ist sehr schön. Alter, die Waffe, mit was ich da gerade alles zerballert habe und ich hab noch 46% gehabt. Ja, mein Katana hält leider nicht so lange wie ne Machete oder so. Aber egal, das reicht. Oh, ist das dunkel. Oh, Taschennappe hier. Wie geht das nochmal? Tee. Tee? Ah, ja. Okay, können wir wieder ausmachen. Oh, ne. Ah, doch. Geht auch so. Kappen, gucken. Ausweis. Dafür kein Achievement. Wir haben schon so viele aufgesammelt. Brauchen Munition. Okay, brauche ich nichts von. Wahrscheinlich nicht schiefen, wenn du alle gefunden hast. Ja. Och, du Scheiße. Ach, hallo. Komm mal, Taschennappe. Oh, das ist so geil, wenn du wegfliegen. Ja, der lebt noch. Ja, da komm ich nicht richtig ran. Oh. Ja, der lebt auch noch hier. Was? Ein Tritt hat gereicht. Oh, lol. Ich hab aber erstmal die Taschenlampe angelassen. Dann war ich mal nochmal aus, dass ich wieder auflädt. Ja. Jawoll. Okay, hier sind ganz viele. Dinkas. Oh mein, Katana geht da durch wie Butter. So. Äh, hier lang. Oh mein, Dicker, ich nehm mich rot. Ah, ich werfe Deo-Bombe. Voll vor sein Gesicht geworfen. Lol. Das hat keinen Schaden gemacht. Ja, der brennt auch gar nicht, weil der im Wasser steht. Dann eben so. Ausweis. Ey, stopp. Wo ist mein episches Katana? Ist weg. Mein Katana. Mein Kanbo. Oder wie das da hieß. Ist weg. Das. Oh nee, das hast du wieder geschafft. Keine Ahnung, ist weg. Ist weg. Hätte ich meins mal nicht verkauft. Wo ist das? Warte, da, da blinkt was. Hier liegt's. Oh. Hast du das geworfen? Nee. Keine Ahnung, hat er einfach fallen gelassen. Oh. Oh. Makas. Oh, hier, da ist ein. Oh, mein Taschenampel wieder anmachen. So, ist wieder aufgeladen. Knauze, Junge. Voll gegen das Rohr. Na, kotzt du Riefes, Mann? Ja, kotzt mich an, Junge. Da steh ich drauf. Kriegst du auch immer mit dem Knüppel da. Lad Energie auf. Was ich so ein bisschen vermisse, ist diese, die Leute zu ersaufen. Das war am Anfang geil, fand ich. Das hat absolut Spaß gemacht, hier ins Wasser zu treten und dann... Oh, hier geht die Leiter hoch. Okay. Müssen wir denn da lang oder müssen wir hier lang? Ja, wir sind ein bisschen hoch, ne? Hoch. Na, Taschenlampe ausmachen. Immer wieder aufladen. So, jetzt aber. Oh, ich kann hier wieder unter den Rock kommen. Oh Gott. Was ist? Komm hoch, du wirst es sehen. Ach, what the fuck. Tu scheiße. Hier hat einer gefrühstückt, ey. Alter. Oh, Junge. Hier ist alles voll erleichtern. Alter. Widerlich. Was ging hier denn für eine Party ab, ey? Oh, da ist einer. Okay. Alter. Warte mal. Wann wir hier lang gehen? Gucken wir uns hier. Hier gibt es irgendwas. Hier kommt... Jetzt sind wir hier oben. Wie geil. Bringt uns das was? Ich nehme die Gasbuddel mit. Ich glaube, hier müssen wir gleich hin. Pass mal auf. Snow. Das mal zurückgehen. Hier müssen wir gleich hin. Hier geht gleich die Post. Warte, den Typen hier will ich runterkicken. Er hängt nur noch am Bein im Gitter hier. Match. Also ich gehe davon aus, dass wir hier gleich irgendwas machen müssen. Boah, hier guck mal, wie ich nicht. Gewehrmunition ohne Ende. Ja. Hier geht das gleich richtig ab. Pass auf. Ach, das sind die Tussis. Guck mal. Hör, ich gehe jetzt mal an. Ich gehe jetzt mal an. Ich gehe jetzt mal an. Ah, ich gehe jetzt mal an. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Mit dir? Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Wie scheiße. Oh, ich kann es sagen. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ich bin ein Nougatschnitte. Hör auf rum zu flennen. Rasser Baby. Okay, wären wir nicht hier. Wir sollen aber da lang. Wir müssen die beiden jetzt beschützen wahrscheinlich. C. Au, wir sind in Zähnblock C. Wo es ja angeblich so abgeht. Ja, reparieren wäre schön, aber das ist über uns. Ah, wir können gleich bestimmt wieder reparieren. Ja, du merkst es. Quick, get into the elevator. The elevator is here. Konstanz. Harte. Ja, scheiß Luft würde ich sagen, ne? Ah, hier. Kevin hat uns verarscht. Hä? Okay. 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 Und wie machen wir das? Wie können wir das machen? Weil der Körner, glaub ich mir, hat uns verarscht. Wir haben etwas, was er wollte. Er kam in hier und hat es direkt weggezogen. Wie er wusste, wo er es finden konnte. Die Vaxine. Ach, die haben uns das Insulin geklaut. Ach, die haben uns das Insulin geklaut. Was er denn? Ich bin nicht dringend. Ich bin nicht dringend. Aber das geht noch mal. Der Körner ist durch die Sorte. Nicht so viele infekte, aber das ist die lange. Also, was das ist das Körner? Das ist der Körner. Wir nehmen den Körner zu der Topa. Das führt weiter nach dem anderen Körner. Das ist gefährlich, aber wir können den Körner nicht mehr erreichen. Nur die Töner müssen die Körner nehmen. Ich und die resten kommen, wir nehmen die Körner nicht sicherer und treffen Sie auf der Topa. Hörner zu einem anderen. erstmal hier oben die ganze munition einsammeln und sowas hier steht ein schwert gut alles repariert alle muniz alle waffen nachladen würde ich sagen alle meine waffen sind voll ich lade jetzt danach dass ich noch mal munition nehmen kann aber ich habe schon gemacht okay dann würde ich sagen abflug entschuldigung meine damen und meine herren ich wollte mehr von zu hause erzählen wir müssen jetzt diesen penner kriegen dass wir dieses isolin wieder bekommen arsch gesicht das blöde ich wollte runter gehen ich das war aber falsch ich komme schon wieder hoch keine panik habe ich gerade ein bisschen geträumt jetzt 97 letzten prozent ziehen sich ganz schön hin der vom schrott finden munition genommen jetzt bin ich wirklich voll da hinten geht die post ab hast du eine waffe kein gas hier scheiße mal da vorne hin ich mach an ja okay mach an nee warte da ist eine explosivende ja deswegen jetzt kommen wir kaputt gerammert scheißegal den machst du komm ich treten habe ich bin wieder da aber ich komme ich komme ich komme stehe auf ich stehe auf geht nicht geht nicht ging nicht ja ich muss mich heilen stirb du bastard habe ich okay haben wir heilig oder keine ahnung was wenn du was musst ich bin voll ich war ja tot nachher so warte ein bisschen erleichterung alter der rest ist da und wir sind jetzt nicht mehr warte mal ich war ein monotoph faço nein ich bin leer ich mache Tür auf. Geh mal hier links in den Gang. Oh, hier ist alles voll. Komm mal zu mir. Achso, ja genau, komm du von da. Sehr gute Idee. Jawoll. Schläger ist down. Oh, hier ist so ein Spucker. Alles klar haben wir. Keine Chance. Jetzt werde ich aber met hier so. Oh, so explodieren wir weg, 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 weg. Oh, 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 oh. Oh, hier, ja. Sehr schön. Weiter. Tja. So, jetzt nehmen wir mal die teure Waffe. Hallo. Hier sind auch noch Zombies. Ja, ich kümmere mich um die. Komm nur einer an. Was hat der denn nach dir geschmissen? Ein Messer. Das hat verdammt scheiße Aua gemacht. Das leckt zur Zeit. Das leckt zur Zeit. Keine Ahnung, ob wir, ob ich eine schlechte Verbindung zu dir habe, weil die Fremds sind okay. Okay. Keine Ahnung. Irgendwie konnte man das doch sehen, wie die Verbindung zu uns war, oder? Infected. Keine Ausdauer mehr, du musst. Ich höre, wie du stöhnst, weil du keine Ausdauer mehr. Ja. Bin völlig am Ende immer. Die Ausdauer ist echt ein Problem bei mir. Oh, explodieren, ne? Ja, ich nehme Waffe. Alles klar. Nachladen. Weiter geht's. Oh, ein Hammer. Hinter dir auch. Vorsicht. Hammer hab ich. Ja, ich muss erst mal Leben auftanken. Oh, hier ist alles volls noch. Ja, ich weiß. Kaum Energie, Alter. Ein, zwei Gegner und ich bin völlig am Ende. Hinter uns. Na komm, mach. Ja. Jawohl. Hab ich. Okay, Snow ist da. Alter, jetzt sitzt es aber auch ungemütlich hier. Wir sagen erst mal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Dead Island. Bis zur nächsten Runde. Tschüss.